Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Michael Wigge hier aus den USA in den Rocky Mountains und einige von ihnen kennen mich bestimmt durch meine Challenge-Bücher oder TV-Serien wie zum Beispiel Ohne Geld ans Ende der Welt oder Wigges Tauschrausch, wie man sich von einem Apfel zu einem Haus auf Hawaii hochtauschen kann. Das sind extreme Herausforderungen, die ich für die Medien viele Jahre gemacht habe und diese Erfahrung gebe ich in meinen Coachings weiter, um meinen Kunden zu helfen, Träume zu leben und Herausforderungen zu meistern. In den vier Bereichen Karriere, zum Beispiel möchten Sie Ihr Berufsbild verändern, wissen nicht wie. Oder Dating und Beziehung, gibt es da Schwierigkeiten. Ebenfalls persönliche Entwicklung, gibt es gewisse Angewohnheiten, gewisse Verhaltensweisen, die Sie verändern möchten. Oder auch im Bereich Gesundheit und Fitness. Ich unterstütze Sie da gerne und wende dafür das MWCC an. Das finden Sie auf der Internetseite. Michael-Wigge Challenger-Konzept. Und das ist ein Konzept, was ich ausgearbeitet habe, durch meine Erfahrungen und mit dem man sehr gut Ziele erreicht und Träume leben kann. Das würde ich gerne an Sie weitergeben. Melden Sie sich bitte für eine kostenlose Probesitzung. Und dann sage ich einfach mal, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Und dann sage ich einfach mal, vielen Dank fürs Zuhören und 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 Zuhören. Vielen Dank.